Musik Menschen verbringen die meiste Zeit von ihrem Leben in Gebäuden. Darum ist es wichtig, dass man sich in diesen Räumen wohlfühlt. Erne AG Holzbau in Laufenburg ist ein Anbieter von nachhaltigen Gebäudenlösungen, energieeffizienten Fenster- und Fassadensystemen sowie anspruchsvollen Innenausbaulösungen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. So werden die Mitarbeiter in die Unternehmungsentwicklung einbezogen und geben immer wieder den Impuls zur Realisierung einer optimalen Lösung. Bei Erne ist Holz die Grundlage für komplexe Gebäudenlösungen mit Materialkombinationen von Stahl, Glas und Aluminium. Das zeigt sich anhand der neuesten Innovationen. Energieeffizienz, Komfort und Design werden elegant zusammengeführt. Genauso viel Wert legt man auf Brandschutz, Präzision und Qualität. Bei der Produktion und der anschliessenden Montage entstehen aus Visionen Formen, die sich Schritt für Schritt zum Ganzen zusammensetzen. Auf über 20'000 Quadratmeter modernster Produktionsfläche fertigen die rund 170 Mitarbeiter effizient und in konstant höherer Qualität und Genauigkeit Kundenprojekte. Die individuelle Gestaltung vom Einzelstück bis zur Gesamtlösung steht im Vordergrund. Das Unternehmen betrachtet ein Gebäude als Gesamtsystem und bietet den Kunden massgeschneiderte Lösungen aus einer Hand an. Das umfasst Entwicklung, Planung, Produktion und Realisierung. Erne prägt Holzbauarchitektur seit einem halben Jahrhundert in der Schweiz mit und realisiert individuelle Arbeits- und Lebensräume, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von ihren Kunden. Mit Erne hat man den richtigen Partner gewählt, um seine Visionen zu realisieren. Erne AG Holzbau in Laufenburg.